Was ist ein Erfolgreicher Breitbandausbau von hochwertigen Glasfasernetzen? Diese hochwertigen Netze gibt es nur, wenn Fachkräfte sie errichten. Und deswegen freue ich mich über die Initiative mehrerer Unternehmen aus der Branche. Hier am Standort Wester-Egeln eine Academy, eine Weiterbildungseinrichtung für den Glasfaserausbau zu errichten. Ich denke, dass diese Initiative dazu führen wird, dass der Breitbandausbau in Sachsen-Anhalt und auch in anderen Bundesländern natürlich auf hohem Niveau stattfinden wird. Und deswegen ist diese Initiative nur zu begrüßen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Um die digitale Agenda der Bundesregierung zu schaffen, müssen wir nach und nach immer mehr Glasfasernetze bauen. Diese müssen wir natürlich an einer hohen Qualität bauen, um die Zukunftsfähigkeit der Netze auch wirklich abzusichern. Leider fehlen uns langfristig die Fachkräfte, um diesen Netzausbau zu stemmen. Der Bau von Glasfasernetzen ist zwar keine hohe Kunst, aber es ist ein solides Handwerk, das erlernt werden muss. Daher freue ich mich natürlich besonders über solche Initiativen wie die Academy, die das Wissen um den Bau von Glasfasernetzen in die Welt hält. Das Wissen um den Bau von Glasfasernetzen in die Welt hält. Das war's wie die